Moin Moin und guten Tag. Mein Name ist Dr. Reinhard Goy, DocGoy. Was erwartet Sie hier? Was zeige ich Ihnen? Was bekommen Sie von mir? Was ist Ihr Nutzen? Nutzen Sie Twitter für Ihr Marketing. Allgemein und speziell, um Traffic-Besucherströme auf Ihre Internetseite, Ihr Angebot zu lenken. Und wie helfe ich Ihnen? Ich helfe Ihnen dabei, Zeit zu sparen. Für wen ist Twitter? Für alle, die schnell und aktuelle Infos wollen, also als Konsumenten, und für alle, die etwas mitzuteilen haben, also für alle diejenigen, die etwas anzubieten haben, ihre Dienstleistungen, etwas zu verkaufen, ein Affiliate-Programm oder auch einen Event, eine Veranstaltung, ein Webinar oder eine Non-Profit-Veranstaltung. Nutzen Sie Twitter passiv als Empfänger oder aktiv als Sender. Und für wen ist jetzt Twitter Erfolg? Für alle, die Twitter sofort und zwar richtig nutzen wollen, also effektiv. Für alle, die, die Zeit sparen wollen. Speziell halt für Anfänger und Fortgeschrittene. Und wie erhalten Sie jetzt Traffic über Twitter? Indem Sie Twitter als Informationsverteiler nutzen. Sie können Twitter viral benutzen, Sie können sich bekannt machen und Sie können Twitter mit sehr vielen anderen Netzwerken, Ihrem Blog, Ihre Internetseite vernetzen. Ich zeige Ihnen, wie. Wie sparen Sie Zeit? Indem Sie ganz einfach meine Videos anschauen und das nachmachen, was ich in den letzten drei Jahren mir zusammengesucht habe. Und indem Sie die richtigen Tools nutzen, die Ihnen tagtäglich viel Arbeit abnehmen und Ihre Arbeit mit Twitter so weit automatisieren, wie es sinnvoll und möglich ist. Und wer ist jetzt Doc Goy? Ich bin Jahrgang 65, wohne im Landkreis Lüge-Dannenberg in einem 300-Seelen-Ort Groß-Gusborn, habe eine Frau, drei Kinder, vier Katzen, bin vom Beruf Tierarzt mit eigener Kleintierpraxis hier auf dem Plattenland, arbeite intensiv seit drei Jahren mit Twitter und seit über zwölf Jahren im Marketing, Internet-Marketing, Network-Marketing, gehöre bei Twitter in Deutschland zu den Top 20, ich bin sehr pragmatisch und praktisch veranlagt und zeige Ihnen einfach das How-to-Do. Und damit Sie sehen, dass es mich wirklich gibt, hier sitze ich vor der Eingangstür, links von mir ist meine Tierarztpraxis und mich gibt es also tatsächlich. Sie können mich anrufen, Sie können mit mir skypen und mir auch persönlich eine E-Mail schreiben. Und was sind jetzt die Inhalte vom 7-Tage-Kurs? Der Tag 1 ist kostenlos für alle. Tragen Sie einfach Ihre E-Mail ein und Sie bekommen ein 80-Seiten-E-Book und eine Seite mit 5 Videos, die Ihnen schon sehr viel weiterhelfen. Den Tag 1 bis 3 bekommen Sie zu einem Probepreis und für alle diejenigen, die Twitter hauptsächlich privat oder als Hobby nutzen wollen oder für Non-Profit-Organisationen, dort lernen Sie im Prinzip schon alles, was Sie zu Twitter selber wissen müssen. Sie lernen, wie Sie sich bei Twitter anmelden, wie Sie ein Profil einrichten, Sie bekommen ein 140-Seiten-E-Book von mir, Sie lernen die ganze Nutzung von Twitter, die Fachbegriffe, was ist ein Retweet, eine direkte Nachricht, eine Mention, ein Reply, ein Hashtag, wie erstellen Sie Listen, welche Twitter-Tools gibt es, wie können Sie Twitter mit Ihrem Blog vernetzen und eine Übersicht über viele Zusatzprogramme. Und das alles bekommen Sie zum Probepreis von 9,95 Euro. Und wer braucht jetzt noch den kompletten 7-Tage-Kurs? Na eben alle, die sofort und einfach und beruflich mit Twitter beginnen wollen, die effektiv und automatisiert arbeiten wollen, die viel Zeit sparen wollen und trotzdem persönlich, authentisch über Twitter mit Ihren Kunden in Kontakt treten wollen, die mehr Besucher, mehr Interessenten haben möchten und die von meinen dreijährigen Erfahrungen innerhalb von 7 Tagen profitieren wollen. Und was sind jetzt genau die Inhalte von dem Twitter-Marketing-Kurs? Wenn ich Ihnen das alles hier vorsprechen würde, dann würden wir noch eine Stunde sitzen, Sie können einen Teil nachlesen, naja, verraten will ich auch nicht alles. Aber zumindest erhalten Sie ein komplettes, langes 290-Seiten-E-Book, Sie erhalten noch 3 Extra-Tage, Sie erhalten Programme, mit denen Sie automatisch Follower finden können und mit denen Sie Facebook was machen können und Sie erhalten noch viele Sonderthemen. Unter anderem zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren Twitter-Account personalisieren können, wie Sie zielgruppengerecht Follower finden, wie Sie den Informations-Overkill, wenn Sie viele Follower haben, ordnen können, sortieren können, wie Sie Twitter-Listen erstellen und diese auch automatisiert erstellen lassen können, wie Sie mehrere Twitter-Accounts parallel nutzen können, mit einem Client, mit einem Zusatzprogramm oder wie Sie Twitter, Facebook, LinkedIn und andere soziale Netzwerke gleichzeitig nutzen können, wie Sie Content, wie Sie Inhalte für Ihre Zielgruppe finden und diese automatisch über Twitter oder Facebook posten lassen können. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Follower sortieren können, wer Ihnen folgt, wer Ihnen zurückfolgt, nach welchen Sprachen, nach welchen Orten, wo Sie herkommen, wie Sie die Social Media Marketing Trias sinnvoll einsetzen können, wie Sie automatisch folgen und entfolgen können. Zusätzlich erhalten Sie von mir 15 Videos, wie Sie einen Blog innerhalb von 10 Minuten erstellen können. Sie erhalten ein Programm, wie Sie eine Facebook-Fan-Seite mit iFrame erstellen können. Und wenn Sie in einem Geschenk-Giveaway teilnehmen wollen, wie Sie darüber Ihre Liste auffüllen können und dazu Twitter nutzen können. Plus viele weitere Sonderthemen zu speziellen Twitter-Tools. Diese Sonderthemen sind zum Beispiel Twitter-Viral-Nutzen. Wie analysieren Sie Ihren Twitter-Account? Wie speichern Sie Ihre Twitter-Nachrichten? Erstellen Sie eine Twitter-Zeitung, ein anderes Aussehen für Ihre Twitter-Nachrichten. Stellen Sie Umfragen mithilfe von Twitter oder posten Sie Bilder, Dokumente, Audionachrichten oder Video auch über Twitter. Im Endeffekt erhalten Sie von mir eine große Palette an Videos. Hier sehen Sie eine Auswahl und das sind hier nur die kostenlosen Videos zu ganz vielen Programmen zu Twitter, die Ihnen Zeit sparen, die vieles automatisieren. Hier sehen Sie jetzt einmal einen Ausschnitt, wie der Tag 1 zum Beispiel aussieht, mit Text und mit den dazugehörigen Videos, jeweils immer so 8 bis 10 Minuten, immer in kleinen Häppchen verpackt, was Sie alles wissen müssen, zu Twitter, Stück für Stück, Schritt für Schritt erklärt, für Sie einfach anschauen und nachmachen. Und was ist Ihre Investition, außer einmal sich damit zu beschäftigen und danach nur 10 Minuten am Tag vielleicht die regelmäßigen To-Dos zu machen? Wie schon gesagt, der Tag 1 ist komplett kostenlos und danach können Sie sich entscheiden, die Tage 1 bis 3 zum Probepreis zu kaufen und wenn es Ihnen gefällt, danach die Extra-Tage und die Tage 4 bis 7 und die Sonderthemen für 59,50 Euro zu kaufen. Das kostet dann zusammen 69 Euro. Oder Sie entscheiden sich gleich, den Probepreis zu sparen und den kompletten Kurs für 59,50 Euro zu kaufen. Das heißt, Sie probieren es nicht vorher aus und sparen sich die 9,95 Euro. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei Twitter. Bis zum nächsten Video und Tschüss!